ARD Text im Auftrag von Funk Was hast du erzählen? Wir kommen zurück. Ach, das Tal gibt es ja auch noch. River, Höhle und Tal. Und dann die Wolken. Hier war echt ein geiles Fortschritt. Komm rein. Ja, ich greif halbwegs irgendwas. Das Spiel ist halt auch nicht wirklich ausgelegt für Profispieler, sondern einfach für casual. Hauptsache, kriegst ein paar schöne Bilder. Kann ich die abwerfen? Ich glaub, ich konnte die nicht abwerfen. Ja. Oh, ich hab alle getroffen. Ich glaub, dann springen sie hier ins Wasser irgendwo. Oh, sie bringt uns vor das Auto. Und er da nicht? Ich... Er soll jetzt schon einfach da hinten weiter. Oh, das ist noch ein bisschen Samen. Komm jetzt raus. Diese Samen gab's an einigen Stellen, die einfach so aus Höhlen raus purzeln. Oh, Leckborn. Komm da hinten hin. Das ist so... das gegigste Pokémon überhaupt neben Tito. Oh. 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 Das kann man einfach verwehrt. Oh. Oh. Das sieht halt auch einfach nur verwehrt aus. Ja, dann kann man die mit Rauchbällen runterschmeißen. Die Rauchbälle krieg ich danach. Das ist das nächste Item, was ich kriege. Weil die brauche ich hier für die Poison. Ja, aber die sind hier. Ich kann die nicht mehr verknüpfen und das hier brauche ich. Ja, mehr Apfel geht auch nicht. Das war der Pikachu. Waren die Pisa- ich dachte das wären mehr wie Samstags. Waren das nur die? Ich hab wahrscheinlich einfach gefasst. Ich hab die überhaupt nicht gesehen. Okay, jetzt war doch nicht in der Mitte. Ein schönes Blackmon. Das ist auch ein schönes Blackmon. Schocking. Kann ich sprechen. Na Schocking ist auch einen so schweren Namen auszusprechen. Was hast du gesagt vor? Ich finde es schade, dass es keine Rauchbälle gibt. Ich finde Rauchbälle gut handlich. Wie pausiert das, dass es fliegt? Oder vielleicht ist es das. Das fliegt ja eigentlich gar nicht. Wie ist das, dass der Look? Du bist nah dran. Du hast 90 Punkte. Das war Pikachu vorhanden. So ein bisschen. Okay, wir müssen Punkte sammeln für den Rauchball. Ich würde sagen, wir haben ja einen Apfel. Wir waren mit dem Apfel noch nicht am Beach. Ich weiß eine Sache, die ich mache kann mit dem Apfel am Beach. Ich weiß zwei Sachen. Erst ist hier das Pikachu. Ich will keine Kühe können. Bei einem kleinen Freund Pikachu. Auf das Surfbrett setzen. Ach, Schmetterlinge am Schmetterling. Das ist ein Schmetterling. Das Schmetter werde ich auch nie gut hinkriegen. Ich kann die auch runterschmeißen. Wenn ich es treffen würde, kannst du auch nicht runterschmeißen. Mit dem Apfel trinken kann ich, glaube ich, nichts. Dann bräuchte ich auch für einen Rauchball. Der Labrass hat... ne, auch nicht. Ich hab's noch nicht getroffen. Ich triff's halt auch nicht. Warte mal, kann ich nicht hier... Oh, bleib! Bleib! Schon leider. Warte mal, kann ich nicht auch Kangana? Aber ich könnte sogar drei Sachen machen. Ja... Die geht dann noch kaputt auf. Okay, wenn ich erwischen würde. Ja, wir haben ein bisschen was. Wir haben ein neues, wir haben ein Kagama. Mit schönerem Bild. Auf jeden Fall. Ja, das tippt so schnell keiner. Das könnte eventuell... Ja, Wischchen. 60 Punkte mehr. Denkst du noch immer. Oh, das gab Punkte. Nice. Oh, 60 Punkte mehr. Denkst du noch immer. Oh. 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 Es schreibt mich an, es gibt die Punkte. Oh, das gab doch jetzt schöne Punkte. Ja, knappe 8000 mehr. Welcome back. Okay. Wir haben im Tunnel noch Magnetil zu holen. Ich drehe eben auch hier und da einfach mal ein paar schwindere Bilder. Und am Fluss können wir auch noch ein bisschen missreifen haben. Wir haben ja vieles nicht fotografiert. Am Fluss geht halt so viel ab, da musst du ein paar mal fahren. Bis du da halt halbwegs irgendwie alles... Halbwegs irgendwie... ...irgendmal fotografieren kannst. Die Floch haben wir gar nicht gesehen. Die andere Stelle mit den dieser Dams habe ich auch übersehen. Austausch habe ich nicht gesehen. Das ist ja auch noch da vorhanden. Warte mal. Elektake, ich rette dich! Warum nicht? Ah, das war jetzt geschehen. Okay. Ah, das war gar nichts. Das war schlecht. Das war richtig. In der einen Stelle verzieht's immer so krass die Kamera. Genau, guck mal, ob ich die Krieger genommen krieg. Die Kutsche. Ja, nicht. Aber vielleicht will ich die Attacken einsetzen. Elektrik, komm! Geht's aber. Ich krieg ein Schwerungsmagneto und ein Magnetilo vielleicht auch. Wie wär's, wenn du dich mal umdrehst? Komm, dreh dich doch mal um! So, jetzt hast du mich jetzt endlich. Okay, das gibt dann nochmal ein paar Punkte. Und am Plus können wir dann, wenn's gut läuft, können wir am Schluss direkt die restlichen Punkte machen. Weil da haben wir ein paar echt krebelige Bilder gemacht und vieles noch nicht gephotografiert. Oder einiges. Ist ja blöd, wenn man einfach vergleicht und man weiß, es bringt eh nix. Treue Punkte. Oh! Oh! Bisschen mehr. Nice, 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 nice. Max in 10 Meter Grund. Ey, immerhin war's drauf. Was sagst du dazu? Ist das in der Mitte? Ja, wenigstens einer der Bälle war in der Mitte. Und wir haben's halbiert knapp. Kommt стар. WELCOME BACK. A SICHT- Hit Dautre. AMAZIN 10